Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los. Genau deinen Lieblingskaffee oder den Lieblingskaffee deiner Partnerin oder den Lieblingskaffee deiner Gäste, den bekommst du jetzt ganz einfach im Handumdrehen mit unserem heutigen Werbepartner Delonghi und dem Kaffeevollautomat Rivellia. Denn der hat die innovative Beanswitch-Technologie. Das heißt, du kannst ganz einfach zwischen verschiedenen Bohnensorten hin und her wechseln und mit den verschiedenen Sorten experimentieren. Und so für jeden ganz im Handumdrehen die perfekte Tasse Kaffee machen. Ganz egal, ob das ein Cappuccino mit reichhaltigem Schaum ist oder ein Espresso für zwischendurch, bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kannst du mit der Norn Rivellia zubereiten. Und die Maschine lernt deine Kaffee-Routine und passt das Auswahlmenü den ganzen Tag über an für ein Kaffeeerlebnis, das ganz auf dich zugeschnitten ist. Dabei ist das kompakte Design der Maschine für jede noch so kleine Küche geeignet. Die neue Delonghi Rivellia. Jeder Switch ein perfetto Moment. Einfach Bohnen wechseln und genießen. Mehr Infos gibt's unter delonghi.com oder hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Inflationsfrust, ein episches Nvidia-Kursziel und ein Lob für Alibaba. Im Thema des Tages geht es um die Folgen der sagenhaft hohen China-Subventionen. Und in der Triple E-Idee erklären wir euch, wer von der Rotation raus aus Tech rein in Rohstoffe besonders profitiert. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 11. April und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den Tag. Denn wenig erfreuliche Folgen hatten gestern die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen. Die Teuerung in den USA, die zog im März nämlich noch deutlich kräftiger an als vorher erwartet. Die Verbraucherpreise, die stiegen im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent. Im Februar waren es ja noch 3,2 Prozent gewesen und jetzt hatte man mit 3,4 Prozent gerechnet. Also ist noch mal etwas schlechter gekommen. Ja genau, der Traum von den bald sinkenden Zinsen droht damit tatsächlich zu platzen. An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende der US-Notenbank bei ihren Sitzungen im Juni und Juli auf knapp 20 beziehungsweise 45 Prozent geschätzt. Und vor der Veröffentlichung der Daten waren es noch 55 und 70 Prozent. Und dazu passt auch das, was in den FED-Protokollen der Sitzung vom März steht, die ebenfalls gestern veröffentlicht wurden. Darin weisen die Währungshüter auf, Zitat, enttäuschend ausgefallene Inflationsdaten in den vergangenen Monaten hin. Tja, immerhin erlebte die Wall Street keinen schlimmen Absturz aufgrund dieser Zahlen. Das hatte man ja durchaus befürchten müssen. Der Nasdaq, der gab um 0,8 Prozent nach. Der S&P 500, der büßte 0,9 Prozent ein. Und siehe da, unser DAX, der gewann sogar 0,1 Prozent dazu auf jetzt 18.097 Punkte. Dazu, dass es am Ende gar nicht so schlimm kam, trugen auch die Chip-Werte bei, zumindest einige. Denn nach überraschend starken Umsatzzahlen des taiwanesischen Riesen TSMC waren einige Aktien des Sektors durchaus gefragt. Der Boom bei Spezialchips für künstliche Intelligenz, wie sollte es anders sein, ließ den Umsatz von TSMC im abgelaufenen Quartal um 16,5 Prozent steigen und damit stärker als erwartet. Die Aktie legte um knapp 1 Prozent zu. Auch die Infineon-Papiere gewannen leicht, also wirklich nicht viel, aber etwas üppiger. Nämlich 2 Prozent fiel das Plus bei Nvidia aus. Und das lag in erster Linie an einem neuen von Morgan Stanley ausgerufenen Kursziel in Höhe von 1.000 Dollar. 1.000 Dollar, das wäre nochmal ein weiterer Anstieg um 15 Prozent. Ja, wobei wir ja schon mal ein Stückchen näher dran waren an den 1.000 Dollar. Dann gab es nach langer Zeit mal wieder eine Wortmeldung von Jack Ma, dem Gründer von Alibaba. Er lobte den Umbau des Konzerns im vergangenen Jahr und dieses Lob sorgte bei der Aktie für ein Plus von 2 Prozent. Die Entscheidung von Konzernchef Eddie Wu und Chairman Joe Tsai, Alibaba in sechs Sparten aufzuteilen, die sei ein richtiger Schritt gewesen, schrieb Ma in so einem internen Forum für Mitarbeiter. So sei das Unternehmen flexibler aufgestellt. Im Aktienkurs hat sich diese Aufspaltung, die vor gut einem Jahr schon beschlossen wurde, noch nicht bemerkbar gemacht. Seitdem hat die Aktie rund 20 Prozent verloren. Von der langfristigen Kursentwicklung wollen wir besser gar nicht erst reden. Nein, wirklich nicht. Das ist ein echtes Trauerspiel. Ein negativer Expertenkommentar ließ die Nike-Aktie gestern um 2 Prozent sinken. Die Titel der Rivalen Lululemon und Under Armour verloren quasi genauso viel. Die Analysten der britischen Großbank HSBC haben das Kurs hier für Nike von 115 auf 100 Dollar gesenkt. Aktuell notiert die Aktie bei 89 Dollar. Direkt nach der Lieferkettenkrise habe der Sektor nun mit einem globalen Einbruch der Nachfrage zu kämpfen, hieß es von Seiten der Analysten. Als bescheiden bezeichneten sie dann auch den jüngsten Anstieg der Absätze westlicher Marken in China, nachdem sie ja jahrelang unter der starken Konkurrenz von lokalen Unternehmen gelitten hatten. Bei Adidas gibt es andere Nachrichten. Da hat sich gestern der Wirtschaftsminister und Vizekanzler höchstselbst noch im pink-lila Trikot abbilden lassen. Er hofft da glaube ich auf einen eigenen Kurs zu Wachs, wenn man da sich ein bisschen patriotisch im Deutschland-Trikot zeigt. Spät am Abend, da gab es dann auch noch eine Fusion, die bekannt gegeben wurde im Pharma-Bereich. Das war der Pharmakonzern Vertex Pharmaceuticals. Die wollen die Biotech-Firma Alpine Immune Science für rund 4,9 Milliarden Dollar in Bar schlucken. Das teilten die beiden US-Unternehmen mit. Mit dem Zukauf wolle Vertex sein Portfolio um proteinbasierte Immuntherapien zur Behandlung von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten ergänzen. Die Aktie von Alpine, die stiegen im nachbörslichen Handel um 36 Prozent. Vertex-Papiere gaben leicht nach. Ja, kommen wir zu den Terminen. Da schauen wir heute vor allen Dingen auf die Europäische Zentralbank. Die EZB entscheidet über die Zinsen im Euroraum. Noch wird ja kein Zinsschritt erwartet. Im Fokus des Treffens stehen mögliche Signale, wann es diesen denn geben wird. Und Volkswerte rechnen mit klareren Hinweisen als noch zuletzt. Ja, dass angesichts einer deutlichen rückläufigen Inflation auf einer geldpolitischen Sitzung wahrscheinlich Juni die Zinsen erstmals wieder gesenkt werden können. Inzwischen sind die Wahrscheinlichkeiten hier in Europa höher als in Amerika, dass da was passiert. Und dann gibt es noch erste Zahlen aus dem Weltwirtschaftsbericht des IWF. Und ja, Quartalszahlen gibt es quasi keine. Und die paar, die es gibt, sind, ich würde sagen, fast irrelevant. Ich nenne sie mal trotzdem. Es sind zum Beispiel Geresheimer, Mutaris oder in den USA Constellation Brands. Olaf Scholz hat am Wochenende eine lange Dienstreise vor sich. Der fliegt mit einer Delegation aus Wirtschaftsvertretern und Journalisten nach China. Zu besprechen gibt es da viel. Die Volksrepublik spielt nicht nur in der Geopolitik eine entscheidende Rolle, also insbesondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg, sondern vor allen Dingen dürfte auch die Wirtschafts- und die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China eine entscheidende Rolle spielen. Und die sind ja seit einigen Jahren durchaus angespannt. Die Bundesregierung hält die starke Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten, aber auch vor allem vom chinesischen Absatzmarkt, insbesondere für die deutschen Autobauern wie zum Beispiel Volkswagen oder Mercedes-Benz, für ein gewaltiges Klumpenrisiko. Und schließlich weiß niemand, ob China in den kommenden Jahren tatsächlich ernst machen könnte und versucht, Taiwan anzugreifen. Die Ampel-Koalition hat deshalb eigens nach langem Ringen eine China-Strategie erarbeitet. Die blieb aber in Wirtschaftsfragen eher blass und ziemlich vage. Insgesamt drängt die Regierung aber darauf, dass sich die deutsche Wirtschaft breiter aufstellen muss und stärker auf andere Regionen wie etwa Südostasien setzen soll. Das Verhältnis zu China ist aber auch deshalb problematisch, weil die chinesischen Firmen in Schlüsselindustrien mit unfairen Vorteilen auf dem Weltmarkt agieren können. Gerade ist eine neue Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft erschienen. Die haben untersucht, mit was für einer Macht China versucht, die eigenen Firmen in Zukunftstechnologien zu Marktführern zu machen. Und man muss sagen, das sind schon wirklich beeindruckende Zahlen. Ja, das stimmt. Die haben uns gestern in der Redaktion wirklich echt erstaunt und die Stirn runzeln lassen. Die Ökonomen kommen zu dem Ergebnis, dass 99 Prozent aller börsennotierten chinesischen Unternehmen im Jahr 2020 staatliche Subventionen bekommen haben. Das ist schon krass. Da fragt man sich fast, was muss man als Firma ausgefressen haben, um zu dem einen Prozent zu gehören, die kein Geld vom Staat bekommen. Wie viel Geld der chinesische Staat insgesamt tatsächlich in die Industrieförderung steckt, das ist laut den Forschern nicht wirklich zu beziffern, weil sie verlegen sich da eher auf konservative Schätzungen. Tatsächlich dürften die Summen nämlich in der Realität sogar noch höher sein. Insgesamt dürften die Subventionen aber mindestens drei bis viermal so hoch sein, wie in den Staaten der EU und der OECD. Die Schätzungen reichen aber auch bis zum neunfachen der westlichen Subventionen. Für das Jahr 2019 schätzen die Kieler Ökonomen die Subventionen in China auf mindestens 221 Milliarden Euro. Das entspricht mehr als 1,7 Prozent des dortigen BIP. Und der Löwenanteil davon, der geht wie gesagt in Branchen, die als besonders zukunftsträchtig gelten, in denen die chinesischen Firmen mit Unternehmen aus anderen Regionen um den Weltmarkt konkurrieren. Die Forscher, die nennen vor allem fünf Bereiche. Das ist zum einen Elektroautos, Solaranlagen, dann natürlich die Windturbinen, Batterien und Züge. Für Deutschland ist natürlich besonders die Autoindustrie relevant. Schließlich müssen VW, BMW und Mercedes irgendwie mithalten. Dass das ziemlich schwierig werden dürfte, zeigt das Beispiel BWD, dem größten chinesischen Elektroautobauer, der ja auch hierzuland inzwischen schon ziemlich präsent ist. Die Firma bekam laut den Kieler Forschern 2020 noch 220 Millionen Euro Förderung. Ein Jahr später waren es schon 2,1 Milliarden. Und ja, neuere Zahlen gibt es noch nicht. Und dabei geht es hier nicht nur um die direkten Subventionen. Also es geht hier nur um die direkten Subventionen und Kaufprämien. Und andere indirekte Hilfen sind da noch nicht mal mitgerechnet. Obwohl auch Darby bei die deutlich stärker profitiert als andere ausländische Hersteller. Außerdem gab es noch Förderung für Lieferanten von Batterien und anderen wichtigen Bauteilen. Die Milliardensumme, die ja wirklich schon hoch ist, scheint also tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Autos sind nicht die einzige Branche, wo es zu massiven Wettbewerbsverzerrungen durch die Subventionen kommt. Viel Geld bekommen beispielsweise auch die Windkraftfirmen Mingyang und Goldwind. Die konkurrieren natürlich mit Unternehmen wie Siemens Energy, Vestas oder Oersted. In der EU gibt es deshalb jetzt Pläne, dass man den eigenen Markt und die eigenen Firmen besser gegen Dumpingprodukte der Chinesen schützen will. Dafür müsste man Zölle einführen beziehungsweise erhöhen. Und insbesondere französische Autobauer, wie es der Land ist, machen sich auch ziemlich stark dafür. Aber Zölle sind natürlich ein echt zweischneidiges Schwert. Man muss natürlich auch damit rechnen, dass die Chinesen das nicht einfach hinnehmen und dann ihrerseits Einfuhrabgaben erhöhen. Die deutschen Autobauer sind daher auch gegen höhere E-Auto-Zölle, weil sie eben um ihr Geschäft mit dem Export von Fahrzeugen nach China bangen. Dass die Franzosen es anders sehen, liegt auch daran, dass die deutlich weniger erfolgreich beim Export nach China sind und einfach weniger zu verlieren haben. Dann bleibt natürlich am Ende wie immer hier die Frage, was man als Anleger mit dieser Gemengelage tut, wie man damit umgeht. Das ist in der Tat knifflig. Eigentlich müsste man ja bei so viel unfairem Vorteil auf dem Weltmarkt auf chinesische Filme setzen. Also ich meine, da ist ja quasi BWD unschlagbar. Aber das ist natürlich angesichts der politischen Unsicherheit, wie es mit China ja den Handelsbeziehungen und den Zöllen weitergeht und überhaupt mit den Regularien deutlich. Ich meine, die können ja theoretisch wie bei dir auch den Geld halt wieder von einem Tag auf den anderen zudrehen. Es ist alles ziemlich riskant. Am Ende bleibt nur die ganze Gemengelage in eure Überlegungen mit einzubeziehen, wenn ihr zum Beispiel deutsche Autoaktien im Depot liegen habt. Und das haben ja sehr viele. Die AAA-Idee des Tages. Unter der Oberfläche, lieber Philipp, da rumort es, würde ich mal. So würde ich es mal bezeichnen. Denn an der Börse findet gerade, das haben viele noch gar nicht so bemerkt, eine erstaunliche Rotation statt. Raus aus Tech, rein in zurückgebliebene Branchen wie Energie, Industrie und vor allem Rohstoffe. Und nach dem Hype nämlich um die künstliche Intelligenz und die Abnehmenspritzen, haben wir hier oft darüber berichtet, nehmen Investoren ein paar, also nicht alles, aber ein paar Gewinne bei Big Tech und Co. mit und packen das Geld jetzt in Rohstoff- und Minenaktien. Einige Experten rufen bereits einen neuen Superzyklus für die Schätze der Erde aus. Die aktuellen Inflationszahlen in den USA haben diese Umschichtung noch beschleunigt, denn damit dürften die Zinsen langsamer sinken als gedacht, haben wir ja eben schon darüber gesprochen. Und höhere Zinsen sind eben Gift für die hoch bewerteten Tech-Aktien. Ja, und somit beschleunigt sich dann die Flucht aus dem Tech-Sektor in die günstiger bewerteten Rohstoff-Aktien. Am offensichtlichsten zeigt sich die Umschichtung beim Gold. Das markiert ja beinahe täglich neue historische Höchststände. Gut 8 Prozent hat Gold in den vergangenen vier Wochen zugelegt. Entsprechend springen jetzt auch die Gold-Minenaktien an. Andere Rohstoffe haben auf Monatssicht sogar noch weitaus stärker zugelegt. Silber etwa gewann 17 Prozent, Zinn 14 Prozent, Aluminium 13 Prozent, Öl 11 Prozent und Kupfer auch 11 Prozent. Die meisten Anleger sind heillos unterinvestiert in dem Bereich, denn die Sektoren galten ähnlich wie Rüstung als nicht ökologisch und ethisch nicht wirklich investierbar. Zwar werden Rohstoffe wie Kupfer oder andere Metalle für die Energiewende benötigt, aber die Minenwerte waren trotzdem unbeliebt, einfach aufgrund der Arbeitsbedingungen dort. Auch in den Basis-Investments finden sich kaum Aktien, die die Schätze der Erde fördern. Ja, unser Index-Spezialist, der gute Holger, der hat mal nachgeschaut und sich das genau angeguckt. Der Öl- und Gassektor beispielsweise macht im Weltindex MSCI World gerade mal ein Gewicht von 3,9 Prozent aus. Und klassische Bergbaukonzerne, die Kupfer oder andere Metalle fördern, sind nur in homöopathischen Dosen vertreten. Und so kann es sich durchaus lohnen, ein paar Minenwerte als Beimischung ins Depot zu packen. Zu den größeren Titeln, die von Analysten empfohlen werden, zählen Rio Tinto, Glencore, Anglo American oder Tech Resources. Auch die Goldminenfirmen Newman, Barrick Gold oder Agnico Gold Eagles finden sich auf den Empfehlungslisten vieler Experten. Die meisten dieser Konzerne fördern nicht nur Gold, sondern auch Kupfer oder andere Metalle. Das gilt auch für die kleineren kanadischen Minenaktien Hutt Bay Minerals, Pan American Silver, ein weiterer Minenbetreiber. Der fördert schon dem Namen nach logischerweise Silber und davon jährlich 18,5 Millionen Unzen und sitzt auch noch auf Reserven von 515 Millionen Unzen Silber. Die Minen, die befinden sich überall in Amerika, auch in Peru, Mexiko, Bolivien oder Argentinien. Neben Silber fördert Pan American Silver auch Gold und Blei. Okay, 89 Prozent der Analysten raten zum Kauf und sehen ein Potenzial von immerhin 10 Prozent. Wahnsinn, alles Namen, von denen ich fast noch nie gehört habe. Wahnsinn. Ja, interessant. Wer auf eine Renaissance der Atomkraft und damit auf Uran setzen möchte, der hält sich an Kameko. Das ist ja ein relativ bekannter Player. Aber der Uranpreis ist zuletzt gefallen. Das gleiche gilt übrigens für Lithium. Trotzdem gehört der Lithium-Produzent Albe Marle mit zu den Favoriten der Analysten und zuletzt auch von den Anlegern. Auch die Preise für seltene Ehren sind zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Doch sollte sich der Konflikt zwischen China und den USA verschärfen, könnte sich das schnell ändern. MP Materials findet sich deshalb ebenfalls auf der Lieblingsliste der Analysten. Weniger bekannt ist der australische Bergbau-Konzern South32. Es handelt sich um eine ehemalige Abspaltung von BHP Billiton. Und South32 ist ein weltweit aktiver, breit diversifizierter Rohstoffkonzern, der in verschiedenen Regionen der Welt Minen unterhält, die von Bauxit, Tonerde, Aluminium, Mangan, Nickel, Silber, Blei und Zink zahlreiche Schätze der Erde abbaut. Auch Kohle wird gefördert. Das ist also quasi alles im Portfolio. Wer keine Einzeltitel auswählen möchte oder sie einfach nicht aussprechen kann, der kann auch in Fonds mit Rohstoffaktien investieren. Zu den bestgelaufenen Vehikeln gehören vor allen Dingen die aktiv gemanagten Fonds. Da ist zum einen der Earth Gold Fund oder auch der Earth Exploration Fund. Auf fünf Jahressicht haben die beiden Produkte im Durchschnitt 17,4 beziehungsweise 14 Prozent abgeworfen. Weit abgeschlagen ist der FUNEC Global Mining ETF, der 144 Werte enthält und auf fünf Jahressicht 11,2 Prozent pro Jahr gemacht hat. Auf kurze Sicht liegt der Rohstoff ETF aber weit hinter den anderen Produkten zurück. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player. Jens hat uns geschrieben und sorgt jetzt dafür, dass ich ordentlich Asche auf mein Haupt streuen muss, lieber Nando. Denn tatsächlich hattest du gestern recht mit deiner Aussprache des Schoko-Konzerns, den ich fälschlicherweise Barry Calbo genannt habe. Nicht nur Jens, sondern auch die Wikipedia behaupten, dass das Unternehmen tatsächlich Barry Calabaut ausgesprochen wird. Ja, Wahnsinn. Ich staune immer wieder über dein tiefes Wissen über Schweizer Süßwarenhersteller. Zurecht, zurecht. Aber macht ja nichts, lieber Philipp. Schwaben drüber. Nächstes Mal halt einfach erst recherchieren und dann besser wissen. Oder mir einfach nur vertrauen. Ein weiteres Opfer deiner voreiligen Vermutung könnte übrigens Stefan sein, der uns geschrieben hat, weil der Podcast bei ihm zu schnell abgespielt wurde. Du hast ja gleich vermutet, dass er wahrscheinlich versehentlich den Knopf zum Beschleunigen gedrückt hat. Aber Angelika springt ihm nun zur Seite und sie schreibt, Das Problem mit der Geschwindigkeit eures Podcasts in der Apple-Mediathek hatte ich vor ein paar Wochen auch. Ebenfalls zu schnell, obwohl Abspielgeschwindigkeit auf 1, schreibt sie. Immerhin gibt es Hoffnung für Stefan. Zitat, das hat sich dann mit einem Update irgendwann von selbst gelöst. Wenn auch ihr nicht verpassen wollt, in welcher Geschwindigkeit wir morgen im Podcast sprechen, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und dann hören wir uns morgen wieder, entweder ganz schnell oder ganz langsam, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.